Scheiße, Scheiße, Scheiße! Hi. Hi. Hulle Waffe. Ja. Schieß einfach auf das Fass! Schieß einfach auf das Fass! Ich kann dir die Waffe geben, hier! Wir haben ein... Ne, ich hab... Ich hab... 12 Uhr! Ich bin... Im Sinn von den Schuppen! Ich hab's gesehen, wie ich benutzen könnte. Äh. Ich glaub, das ist noch so'n Typ. Kannst du jetzt hin? Scheiße. Ich hab' getroffen, er. Geh zurück, geh zurück! Krabbel rein Einfach langsam alle wegschießen Siehst du die Scheiße? Geh runter Ach da Scheiße! Er hat mich erwischt, bleib weg! Zielobjekt bei der Sicherheitsabsperrung Er hat einen Arm verloren! Scheiße! Ah, da kommen Lasers Ne, der Ups, sind tot Neben dir Der spawnt dir, glaube ich Wir müssen ihn, glaube ich, erledigen Wir müssen uns langsam vorankämpfen Scheiße! Da ist er So Da Oh Gott, kein Leben Nose Ich meinte das Auto Ah, er lasert auf mich Scheiße! Geht in Deckung! Ich brauche Hilfe! Ich brauche Hilfe! Aaaaaaah! Ich nehm dich gerne Ach! Ich wurde getroffen! Ich bin getroffen! Scheiße! Scheiße! So, runter mit euch! Ich wurde getroffen! Ich bin gerne auf dich Ich bin gerne auf dich! Ich bin gerne auf dich! Wider? Nein, nein, nein! Oh Gott! bile ich nie Nein, 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 nein! Gebt ihr etwas Feuerschutz? Nein! Jawohl, Sir! Hinter den Staffeln! Ich bin getroffen! Scheiße! 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 Die fluchen aber ganz schön viel, ey! Gebt ihr etwas Feuerschutz? Ups! Ja! Mehr! Hinter den Staffeln! Jetzt sind die hinter uns, diese... Nooo! Oh Gott! Das wird knapp! Oh Gott! Noch ein Mann gefallen! Wehre mich! wer ist denn der typ ach da links ich hab ihn nee das ist der gar nicht oh ich hab den falschen übernommen blöd aber da ist ein mecher hinter uns hier hier hinter dem kasten jetzt ist er im haus ist es halbwegs sicher schalter der ist tot jetzt kannst du den mecher nehmen glaube ich ja immer den mecher wenn man draußen sicher ist da muss ein körper besetzen um das zu benutzen naja wohl drücken über die Brücke oder was da kannst du die hochheben oder was ach so ach so ok das ist eine stellbare umgebung ich bin explodiert ich bin explodiert oh mein gott hier hinter die deckung wo komme ich raus wie komme ich hier wieder raus hier halten oh gott hier ich nehme mir auch einen körper und dann hole ich den anderen wagen den anderen mecher verstanden ich geh rein so oh ich hab Raketenwerfer oh wo rein yeah wie geil ist das denn ach die haben Aufladungszeit Ah, Schild. STRG Ach, das auch noch. Fett. Wie lange hält das? Das ist bei Nullus. Oh, da kommt ne Hedl. Wo? Ah, da. Lock? Ja, geh, 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 geh. Ich komm nicht raus. Wie komm ich denn raus? Ah, jetzt. Mit E? Ja, E. Wieso willst du raus? Ist abgeschalten. Wie? Meiner geht noch? Ja, meiner. Abgeschalten werden. Wir waren fast kaputt. Musst zuerst reparieren. In welche Richtung? Wart aus. Krasse Wehen. Oh. Was? Mein Bildschirm war grad. Ich war zu weit entfernt von dir. Achso. Oh. Leider. Ketten rauf. Noch ein kleiner. Ketten rauf. So, der ist kaputt. Bang, bang. Puff. 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 Tot. Jetzt den ganzen Weg noch laufen. Ja. Oh. 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 Genau. Oh. cub Nh勝b. Oh. No, sofort evakuieren. Hier komm ich raus. Erst musst du kurz warten. Der repariert sich nämlich gerade. Ja, rein. Dein Körper zerplatzt. Stimmt. Ja, der Großstatt da entgegen. Schützen Panzer in Position. Wir sind in den westlichen Fahrwagen über den vielen Licht. Feuer frei. Ich sehe nichts. Du versperst mir den Weg. Die Sicht. Hör vor unser Sympanzer. Unter einem Panzer habe ich mir was anderes vorgestellt. Ja. Vielleicht auch ein bisschen mehr Widerstand. Ach, das ist gar kein Sprung. Helikopter. Helikopter. Hör über. Hör. 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 Oh Gott. Ich bin da. Ich bin da. Am Boden. Sofort evakuieren. Wo bist du? Am Boden. Bei meinem ... link. Am Boden bei meinem weg. Oh, noch Raketenwerfer in der Hand. No! No, ich hab meinen Körper verloren! Ey, fuck! Bin ich am Arsch! Ja, geil! Uh! Ja, super. Aber wenigstens kann ich schneller rennen als du. Da vorne ist ein, da schnapp ich ihn! Jetzt hab ich dich! Ja, aber hier ist, glaub ich, eh Endstation. Für den Mech. Wir haben ein feindliches Ziel gesichtet! Scheiben! Ja! Ach, Unterstützer, und zwar so... Ah! Nee! Hier geht's weiter. No! Ja, nee. Egal. Ich hab Raketenwerfers. Auch cool. Braucht mir neue Waffe! Nimm mal diese Wehen! Unter dir! Du musst nicht waffeln! Ach, ich kann die switchen! Oh, lol! Da ist noch einer! Ein Mech! Na! Bevor's abläuft!